Wir wären im Sack. Lade nach. Halt still, ich verarzt. Suchen wir doch nach dem Depot. Vielleicht kommen wir so raus. Warte, halt endlich still und lass dich verarzten. Ich verarzte dich. Dann mach mal hin. Nur danke, du hast was gut. Lade nach. Oh, na super. Ja, etwas Floh. Aber jetzt hab ich die Axt, jetzt wird es besser. Komm. Lade nach. Pass auf, wo du hinziehst. Vorsicht, Witch. Die Taschenlampen aus. Nein. Nicht weg, Marble. Okay, cool. Okay, cool. Waren wir das am Boden? Was auch immer so lustig daran ist, war überhaupt nicht. Keine Sorge. Feuerbestattung. Ach so, mal wieder, okay. Wo ist denn der, Francis? Wo ist denn der, Francis? Ach, da hinten. Aber wo seid ihr noch? Ich bin doch hier bei dir, oder? Ja, das ist halt das, wenn keiner drauf achtet. Ja, aber Sarah und der Bot, das sind doch ganz da hinten am Anfang. So. Oh. Oh, yourself. Das ist schon okay. Durch den Container. Dann bauen wir uns einen Bunker, Marvin. Oh, fuck. Hinter dir kommen ganz viele, Marvin. Nein, nein, nein. Nein, aua. Oh, Mann. Hilfe. Hilfe. Geschossen. Geschossen. Vorsicht. Ach, genau. Hilfe. Ja, Kevin. Geh mit dem Kanister. Ich leg ihn halt schnell weg und knall drauf und dann nimmt er den Kanister wieder auf. Das sehe ich, David. Ein Plastikkanister hält niemals so ein Tierchen auf. Man könnte es aber versuchen. Aua. Das sah aber bestimmt lustig aus. Dafür habe ich jetzt recht, Mann. Ja, hier kannst du jedenfalls Brandmunition draus machen, aber ihr seid schon wieder weitergerankt. Also YOLO. Oh, ich glaube, nein. Hier können wir nicht weitermachen, weil nicht alle bereit sind. Ja, geil. Ey, da liegst du als Medikid wieder in der K... Ja, was auch immer. Positioniert die Kanister einfach so. Da, wo die kommen, dann schießen wir die halt hoch. Je nachdem. Oh, das ist ein Charter. Oh, das ist sehr gut. Schmeiß euch hier noch ein paar Fässer runter. Oh jetzt komm schon! Neben mir liegt ein Fass, zwei Fässer. Er ist gerade da hingelegt. Und wo hängt Kevin so ab? Da oben ist ein Henk! Aua! Ah, Schocki! Ja, ade vashe. Ich bin schonmal tot. Wollen wir runter gehen, Zombie? Ja, das war's dann. Wo zur Hölle bist du denn hingerannt? War drinnen das? Hat's ne Maschinengun? Ja, das hat uns sehr viel geholfen offensichtlich. Ich hab euch erstmal die Fässer hingelegt. Ja, auch das hat uns wirklich sehr viel geholfen offensichtlich. Ja, gut. Ja, gut. Deck mich mal! Ich hab'n Diffy. Schocki! 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 Schocki hat mich! Danke! Oh, mach's Fässer, Marvin! Oh, noch mehr Fässer! Ich weiß nicht, es wird nur... Wird, dass nur eins tragen kann. Ja, wir haben ja noch zwei, aber die nehmen keine Fässer mit! So! Hier gibt's Wappen! Da sind die eigentlich schon wieder. Ich weiß nicht, hinter uns irgendwo. Hinter uns irgendwo. Hier gibt's eine Schade, you know! Oh. Das ist so schöne Techno-Mucke bei mir. Vorsicht! Polizei! Mach du! Guter Schuss! Ach genau. Aua! Verdammte Scheiße! Halt euch dieses Ding auf! Verdammte Scheiße! Halt euch dieses Ding auf! Verdammt! Oh. Ah, ich schleich so langsam. Mich auch. Durch den Truckhof. Wir müssen hier uns echt irgendwie besser anstellen. Vielleicht nicht vorrennen, wie die Idioten mit nichts bewaffnet als Kanistern. Sondern mal auf die warten, die einem dann auch helfen können, wenn man die Kanister trägt. Das sind halt die Kanister-Boys. Ja. Wartet halt auf mich, dass ich euch auch helfen kann. Ach mann. Ich will kaum noch leben. Da ging die Medi-Kit. Hey. Entschuldigung. Schaffst du's? Geht schon. Na komm weiter. Die haben hier wohl ne Zeit lang gearbeitet. Geiler Truck. Der Lift kann erst runter, wenn der Generator läuft. Vorsicht! Achtung! Ich hör den Hunter! Hm. Ach du hast selber okay. Du musst mir eine geile Position suchen. Oh was ist denn? Oh was. Ich verständnis. Held. Dann erstmal das. Ja den bringt schon noch ein paar Kanister oder? Hä? Ich brauche keine Kanister, ich habe eine MG. Ich komme einfach hier rein, hier ist es echt ruhig. Lade nach! Lade nach! Easy Oh shit Oh shit Die Tür zu Nein 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 Es ist auf einmal so dunkel geworden Das ist ein Tank. Nein! Hier drin ist auch ein Tank. Nein das ist der Tank. Achso. Tank is down. Und jetzt? Ach. War nicht nötig aber... Ach. Danke. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Upp. Upp. Unser Gefecht. Leidet immer so oft sterben. Ja. Töten. Hunger. Ja. 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 403. Jetzt bist du. Nice. Ich hab doch ein paar Verbündete getroffen. Gut das der Bot halt besser schießt als wir. Ja. Ja.